Wir haben vor einer Woche jetzt einen Anruf gekriegt, dass da auf der Gärlitzen jetzt eben auf einmal auch Snowball Contests passieren soll. Und wie wir von dem gehört haben, waren wir natürlich sofort total begeistert, weil in Kärnten tut sich jetzt nicht so viel mit Freestyle Contests und da haben wir uns gedacht, da müssen wir auf jeden Fall vorbeischauen. Ja, ich glaube, solche Persönlichkeiten braucht es einfach bei uns und es ist einfach schön zu sehen, dass die einfach für die Liebe zum Sport sind, für Nachwuchs zu tun und so viele Kinder, die den Sport einfach gerne machen. Wir haben heute die Kärnten im Freestyle durchgeführt. In Kooperation mit dem Landesskiverband und in Kooperation mit der Gärlitzenalpe ist das Ganze möglich geworden. Wir haben eine ganz ganze Woche lang gearbeitet, bis wir diese Arena hier aufgebaut haben. War echt viel Arbeit, aber es hat sich ausgezahlt. Es war voll Erfolg. Auch Anna Gasser und Clemens Mielauer sind aufgetaucht, haben das Event unterstützt mit ihrer Präsenz. Die Kinder waren mega begeistert. In diesem Sinne noch ein großes Dankeschön an Herrn Hopfgartner und die ganze Gärlitzen Crew. Ohne euch war es nicht möglich gewesen. Ich muss auch Danke sagen an alle Sponsoren. Ohne euch hat es auch nicht gegeben. In diesem Sinne, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Auf Wiedersehen! Ja! Bis zum nächsten Mal.